Ich erinnere mich noch ganz genau an unseren ersten Campingurlaub mit dem Caravan. Für unsere Kleinen war es ein unvergessliches Erlebnis. Die ganze Zeit draußen in der Natur. Viele neue Freunde wurden gewonnen. Und manchmal auch die Kinder. Und manchmal haben wir sie erst zum Essen wieder gesehen. Tja, das ist mittlerweile über 30 Jahre her. Heute verreise ich mit meinem Schatz im Eleganus. Einfach unterwegs sein. Wir lassen uns verzaubern von der Schönheit, die uns umgibt. Immer offen für neue Eindrücke. Wir tauchen ein in fremde Welten, halten inne und lassen uns entführen. Und wenn wir wollen, dann geht die Reise weiter. Manchmal kennen wir nicht einmal das Ziel. Wir verweilen dort, wo es uns gefällt. Es gibt so vieles zu entdecken. Es miteinander zu teilen, bringt uns nah. Wir fahren abseits der gewohnten Routen. Erhabene Natur. Eine Natur, die uns sprachlos werden lässt. Wann kommt ihr denn? Unsere süßen Enkelinnen können es kaum erwarten. Und dann ankommen. Wir haben uns so viel zu erzählen von den kleinen und großen Abenteuern unserer Reise. Erinnerungen werden lebendig. Was vor langer Zeit begann, setzt sich fort. Es ist so leicht, sich überall zu Hause und grenzenlos wohlzufühlen.